Die Andacht zum Tag Aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären Er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden Er müsse getötet und am dritten Tag auferweckt werden Guten Tag, hier spricht Alfred Müller aus Dürmstein Was ist der Sinn eines Lebens? Darauf gibt es ganz unterschiedliche Antworten Erfolg und Besitz, Gesundheit und langes Leben Anerkennung, eine tolle Arbeit, viel Spaß Glückliche Beziehungen, die Vermeidung allen Leides Oder am besten alles zusammen Das wirkliche Leben kann anders aussehen Der Erfolg ist geringer als er träumt Der Besitz macht nicht glücklich Die Gesundheit ist gefährdet und zerbrechlich Die Anerkennung fehlt Die Arbeit ging verloren Oder Beziehungen sind zerbrochen Und am Ende wartet der Tod Statt allgemein nach dem Sinn des Lebens Kann man auch konkret nach dem letzten Ziel eines Lebens fragen Das letzte Ziel ist das, worauf sich alles andere ausrichtet Wer zum Beispiel die Meisterschaft erringen will, der muss Spiele gewinnen Der muss eine gute Mannschaft haben Der muss gut trainieren und so weiter Manche Philosophen nennen als letztes Ziel eines Lebens Ein gelungenes Leben zu führen Aber was führt zum gelungenen Leben? Gesundheit? Gesund zu sein kann dazu beitragen Doch können Menschen trotz Krankheit oder Behinderung ihr Leben gelungen und lebenswert finden? Braucht es Erfolg, Besitz und Anerkennung? Sie können helfen Ein gelungenes Leben garantieren Sie nicht Und nicht nur ein Franz von Assisi zeigt, dass es auch ohne Besitz geht Selbst ein Leben voller Spaß führt nicht automatisch zum gelungenen Leben Was zeichnet also ein gelungenes Leben aus? Letztendlich muss das jede und jeder für sich selbst herausfinden Doch gibt uns die Philosophie ein paar Hinweise Sie nennen die erfüllende Arbeit gute menschliche Beziehungen Selbstbejahung und die Versöhnung mit dem eigenen Leben Eine erfüllende Arbeit ist eine Tätigkeit, an der ich Freude habe Und die auch für andere Menschen Bedeutung haben Das muss gar nicht unbedingt ein Beruf sein Das kann genauso die Arbeit in der Familie sein Wie das freiwillige Engagement in einem sozialen Projekt oder bei der Feuerwehr Selbstbejahung bedeutet Die persönlichen menschlichen Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen Dazu Ja sagen und sich mit dem eigenen Lebensschicksal zu versöhnen Dazu gehört weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft zu leben Also kein hätte ich nur und auch kein wenn ich erst einmal Nur in der Gegenwart leben wir wirklich Und schließlich braucht es zu einem gelingenden Leben gute soziale Beziehungen Also Menschen, denen ich mich zugehörig fühle Sowie tiefe persönliche Beziehungen Das sind die Menschen, die ich liebe und von denen ich geliebt werde Die Antwort Jesu auf die Frage nach dem gelungenen Leben ist radikaler Als die Antwort der Philosophen Weil er um die Vergänglichkeit und die Gottesbedürftigkeit des Lebens weiß Und daraus zieht er eine radikale Konsequenz Wer sein Leben an Weltliches hängt, der wird es verlieren Jesus findet das wirkliche Leben dort, wo das Leben herkommt Und wo es wieder hingeht bei Gott Bei ihm findet Jesus auch sich selber Wer hinter Jesus hergeht, sein Lebensmodell ausprobiert Findet sich selbst, weil er seine Mitmenschen, seine Mitgeschöpfe und Gott findet Das letzte Ziel des Lebens ist dann ein befreites Leben Die Antworten der Philosophen können uns zwar helfen Ein einigermaßen gelungenes Leben zu führen Die Nachfolge Jesu führt uns jedoch zu einem vom Ich befreiten Leben Das uns zugleich mit ihm, mit unserer Welt und mit Gott verbindet Es ist ein erlöstes und solidarisches Leben Lass uns beten Guter Gott, dein Sohn Jesus will uns auf einen neuen Lebensweg führen Einen Weg, der uns für das Leben öffnet Damit wir uns selbst erkennen Damit wir unsere Mitmenschen als Geschwister und unsere Welt als deine Schöpfung erkennen Damit wir dich als Vater erkennen Hilfe uns, dass wir uns von deinem Sohn führen lassen Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn Und der Segen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit Amen 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 Amen